Marvin! Hi! Was hast du da für ein Buch mitgenommen? Als ich gehört habe, Dieter ist wieder am Start, habe ich eine kleine Zeichnung von dir. Von mir wieder, ja? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss wieder hinhalten. Ist aber wirklich ein schönes Foto, oder? Ja, vollziehend. Weiter. Erzähl mal, was machst du, woher kommst du? Ich bin gelernter Augenoptiker. Hä? Bist du schon mal aufgetreten? Schon mal mit Vater, der steht auch draußen, wir hatten eine Band. Ruh mal rein, nimm kurz den Papa, ich kann ihn mal sehen. Papa, kannst du mal kommen? Papa! Elegant heute, der Papa! Jawoll! Guten Tag, ihr lieben Menschen! Guten Tag! Kann er was? Ja, er kann also durchaus eine ganz, ganz große Menge. Er ist topmusikalisch, viel besser und viel mehr als dein Vater. Und da bin ich stolz drauf. Ich freue mich, dass das so geworden ist. Dann hören wir uns das an. Okay. Welche Songs willst du denn singen, Marvin? Ich habe vorbereitet von Kapitel Brown und Crowe Frühstück in Paris. Erstmal am Klavier. Ja? Ja, wenn euch das gefällt. Nein, nein. Nein, nein. Broke mich nicht nie wieder. Komm, komm. Spreng meine Visa. Baby, Baby, sag, was ist dir lieber? Vorstück im Paris oder Party auf Ibiza. Und du kippst, du bist schon wieder. Falsch ein Fass und wir steigen in den Flieger. Baby, wo würdest du hin? Wow, also das mit dem Klavier spielen, das ist schon gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Du hast auch leichte Rhythmusprobleme, ja? Anfangen auf jeden Fall. Kannst du mal was mit Playback singen? Ja. Ja. Aber was singst du jetzt für uns? Eine zweite Nummer hätte ich von Alexander Knappe, bis meine Welt die Augen schließt. Okay. Schüttel dich doch einmal. Ich bleibe. Also wir machen jetzt Atemübungen. Pass auf, ich mach mit dir jetzt eine Atemübung. Das ist ganz wichtig für jeden. Pass auf. Meditation? Was? Meditation, eine Atemübung. Du musst jetzt immer beim Einatmen Selbstvertrauen rein. Und beim Ausatmen Zweifel raus. Selbstvertrauen. Achso. Selbstvertrauen. Das bringt ja nichts. Das ist dann ja ein Nullsummenspiel, ne? Also komm, Selbstvertrauen rein. Und Zweifel raus. Selbstvertrauen rein. Selbstvertrauen rein. Wie war das? Zweite jetzt? Zweifel raus. Zweifel raus. Jetzt mach. Ich hab dich einmal gesehen. Und für immer entdeckt. Ich hab dich einmal gefragt. Du hast für immer ja gesagt. Komm, wir schauen zu dem Stern. Doch hier unten leuchten wir. Die meisten gehen alleine. Doch ich geh jetzt mit dir. Bis meine Welt die Augen schließt. Werde ich alles für dich geben. Du liegst neben mir. Wir haben Tränen gelacht. Ja, für dich gibt's natürlich tausende Titel, die du singen kannst. Also wo man sofort weiß irgendwie, Mensch, der kann das und das und so. Du brauchst Songs. Traurige Songs. Da bist du goldrichtig in der Ecke. Ja. Deshalb also kann ich das schon mal vorweg. Also von mir hat man ja aus dem gehört, glaube ich, was ich gesagt habe. Ist das ein Ja? Ich hab Gänsehaut bekommen und ich bin eigentlich nicht der Mensch, der so eine Musik hört. Und ich fand das unglaublich. Oh! Ich finde auch, du solltest, wie Dieter gesagt hast, eher gefühlvolle Songs machen. Aber ich mach's kurz. Du hast von mir auch ein Ja. Aber Papa kann stolz sein. Ich glaub, komm noch ein bisschen aus dir raus. Du musst jetzt nicht hier Breakdance tanzen. Das mach ich ja auch nicht. Aber so ein bisschen einfach lockerer. Das sieht aber immer so aus bei dir. Das stimmt. Was für ein Breakdance. Kannst du ein Breakdance-Move? Ich lern dir einen. Guck, pass auf. Das ist geil, ey. Meinst du, ich brauch ein Breakdance-Rof? Pass auf. Mach mal. Jetzt ist er gekränkt. Jetzt tanzt er. Jetzt geht's los. Gib mir ein Beat. Ich hab's in den Sinn. Ich hab's in den Sinn. Es ist ein Begriff. Ich hab's in den Sinn. Und ich hab's in den Sinn. Ich hab's in den Sinn. Ja. Aber auf jeden Fall ein Ja von mir. Ich find's schön, wirklich. Vielen Dank. Du, viermal ja, mehr gibt's ja nicht. Geil. Die Pose war schön. Die Pose war süß, ne? Da ist schon was noch. Vielen Dank, ihr Lieben. Wir sehen uns. Ihr Hapa, schönen Tag, ne? Jo. Alles Gute. Hat uns gefreut. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Richtig cool gemacht. Atmen mit Dieter, Breaken mit Pietro und der blaue Zettel. Man läuft für dich.